Haha, ich warte hier zu lange. Lass mich raus! Haha, Markus, das war aber jetzt eine ziemlich lange Reise. Wir könnten hier Halt machen, hier bei der großen Falkenstadt. Ja, das war echt eine lange Reise. Ein bisschen Schlaf und Essen, das ist jetzt Pflicht. Und unseren Schatz haben wir auch mitgenommen. Ja, hoffentlich machen sie uns hier Ohr auf. Spricht ihr edlen Ritter. Wir sind Krieger von der Varusschlacht. Wir haben einen langen Weg hierher. Wir brauchen eine Unterkunft und Essen. Haha, aber ohne Entgelt geht hier gar nichts. Haha, ihr müsst euch ausweisen. Wir haben hier Gold. Jede Menge. Und Waffen. Ihr werdet wahrscheinlich was gebrauchen. Ich muss es mit meinem Burgherren sprechen. So wartet. Mein König und meine Königin. Draußen stehen Ritter von der Varusschlacht. Sie sagen, sie haben Goldschätze dabei. Und brauchen Unterkunft und was zu essen. Oh oh, dann lassen wir sie rein. Und lassen sie sie teuer bezahlen. Hahaha. Sonst ist die Burg ja, sie braucht ja auch an Unterhalt, Instandsetzungskosten und allem drum und dran. Und die Steuern. Aber sie sind doch der König. Ach so, stimmt. Haha. Ich zahl nicht in meine eigene Tasche. Los, lass sie rein. Armenius. Bist ihr sicher, dass die sehr freundlich sind? Diese Burgherren scheinen mir doch nicht so ganz glaubwürdig zu sein. Aber wir haben keine andere Wahl. Unsere Reise war ziemlich lang. Wir gehen rein und wenn es drauf ankommt, dann verteidigen wir unsere Deutschschätze. Alles klar. Dann gucken wir mal, was passiert. Armenius und deine Ritter. Ihr könnt jetzt rein passieren. Wir lassen das Falltor runter. Die Zugdrücke. Und natürlich das Tor. Das Tor da hinten. Das Tor muss aufgemacht werden. Jawoll. Ihr könnt mit eurem Streitwagen rein. Nein. Oh, 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 oh. ja jetzt die anderen auch die männer auch rein und die auch ja egal egal einfach sein sehr schön oh die torten sind doch ja sie sitzen in der falle oh mein gott die haben uns in die falle gelockt wir müssen kämpfen los die schwerter ziehen schien 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 zieht die schwerter amelius ja daaa tiiiiiii tiiiiiii uaaaaaa nicht mehr im Arten haha tiiiiiii tiiiiiii uaaah uaaaaaah 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 los heptos kinside bis was ist hier los ich komme für Hilfe tiiiiiii tiiiiiii der ist entwaffnet los ihr habt gedacht ihr könnt ein wenig den Hinterhalt locken so warte oh meine Königin mein Plan ist nicht aufgegangen jetzt sind wir auf unsere Burg los wollen wir fliehen? ja am besten mit dem Boot ok wir nehmen einen Hintereingang alles klar los meine Prinzessin hier ein Boot gut wir hauen ab wir werden schon bestimmt eine andere Burg finden ok uuuuuh weiter armenius wir wollten eine Unterkunft haben wir haben jetzt eine Burg dazu bekommen hahaha ja man darf nicht immer die Leute unterschätzen bis zum nächsten Abenteuer euer Berto Lego Berto Lego tschüss abonnieren und liken nicht vergessen sonst kommen wir vorbei viel Spaß tschüss 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 tschüss